Also wir wissen alle nicht, was 2023 bringt und wir haben ja gesehen, die letzten Jahre eine Krise jagt die andere. Krise ist sozusagen das New Normal und wir wissen nicht, wie es mit dem Krieg weitergeht, wir wissen es nicht mit den Rohstoffen, mit den Energiepreisen, mit der Inflation, wie es genau weitergeht. Das heißt, hier ist einfach gutes Unternehmertum, gutes Management gefragt, letzten Endes. Wir werden über 100 Millionen Euro auch in 2023 investieren, also sicherlich eine der höchsten Summen, die wir je investiert haben. Zum einen in 120, 130 neue Filialen, zum anderen natürlich in den Ausbau unseres Ökosystems und in den Ausbau der IT-Plattformen, aber auch in Future Store, unser neues Konzept, wo wir viele, viele Märkte, die ein bisschen in die Zeit gekommen sind, in die Jahre gekommen sind, modernisieren. Und wir haben ganz erfolgsversprechende erste Pilotstours gebaut an der Stelle und ich glaube einfach, dass wir jetzt auf Sicht fahren müssen, dass wir jetzt klug, schnell, entschlossen, mutig handeln müssen und bin aber optimistisch insgesamt für 2023. Und man darf ja nicht vergessen, wir haben das über die letzten Jahre gesehen, unsere Krise, unsere Branche ist eben auch resilient. Wir sind von der Krise nicht so stark betroffen und von daher sind wir ganz optimistisch für 2023.